Hallo und Herzlich Willkommen und hier ist bei der Pappe hier die Karte der Eventurien Besondert Part 1. Ich werde den Milchfahrer an Neuburg schicken zum Milchverkauf. Da nicht hin. Verkauf stellen. 400 Fritter Ankauf. Gut, da geht es rein. Dann, ja, wollte ich mal schauen, dass wir hier in der normalen Helfer arbeiten. Dann ist bei Hof, das hat auch nicht funktioniert. Hier ist aktuell bei einem Rundkoppelkämpfer dabei. Jo. Mal näher anschauen. Ja, Unkraut ist halt da. Haben wir kurz gesagt gespeichert? Nö. Der ist doch fast leer. Also... Helfer? Helfer macht nix, da kann ich noch gemacht werden. Ich kappe nochmal ein, ich fahre zum Vellbrand. Ich werde da ein Auffüllen und dann nochmal schauen. Neu. Und dann an dem Kunden fahren, wo ich mich da war. Und dann hier runter nochmal abfahren. Ich wollte erst Dünger kaufen im globalen Markt. Ist aber leider nix da. Und dann habe ich auch Türen nichts gehabt, weil aktuell darf abgetaucht würde. Also werde ich notfalls Dünger kaufen müssen. Dann wollte ich den Radlader hochfahren. Und der soll ja den Mist aufladen. Dann kann ich den Radlader auf Anhänger treten. Dieser richtige Kurs dahin zu bekommen. Nicht so einfach nicht hier. Dann müssen wir das Förderband nochmal wegstellen. Weil mit Förderband aber nicht unverschämt wird. Das ist irgendwie... Ja. Ungünstiger, sagen wir mal so. Das ist einfach kein Platz. Ja. Regen in Türen. Was mache ich jetzt ne. Ich habe hier einen normalen Radlader wieder so klein. Mit der... äh... 14000 Schaukel, glaube ich. Vom Kastor oder... Also normale. Oder... Wälder. 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 Ja. Mais wächst. Die Sonnenwälder wachsen. Das andere wächst auch. Weiz und Gerste. Weiz und Gerste habe ich vollständig für den Arsch. Und выбahre den Markt. Für den eigenen... ja... was gar nicht am Markt an. Ich dachte... Das dauert aber noch ein bisschen. Das wird sicherlich einige... wochen gesammt geht ich darf nicht vergessen, am Donnerstag frohe Hochschulusten und am Freitag frohe Buenos Aires wir gehen ja mit Aufnahmen für Thüringen zum Mars mal runter also den ersten 1.000 Euro fahren und bei Cattle & Pops dann gehen wir am Donnerstag und gestern wird durcheinander kommen mit mit dem Feedback so der Platz ist dazu hängt jetzt mal schauen wir bis in die dazu muss man kurz auf Vorderbahn wegfahren und dann vorstarten und dann mal rückwärts fahren ich wüsste es gar nicht wo jetzt hier die gülle ist ja hinten gewesen die gülle macht es ein bisschen leichter könnte hier im weg stellen weil das fördere und einen weg gestanden traktor vorbeigefahren ist doch doch ganz schön knapp aus den fahrzeugen wäre das schulig geworden wenn wir die geringen hätten wir einen anhänger ein kippen gleich müssen wir anderen fahrzeugen den tag finden alle sowas fertig ja so viel arbeit jetzt einmal das ist kann ich auch morgen noch wenn ich mal das die stellen die noch gemacht haben so der ist nicht mehr denn fett der vierte mann auch drei ganz normalerweise war da wo der steht muss er auch entsprechend das ist ja nicht funktionieren die Arbeit ist ungünstig im Vorbeifahren ansonsten das ist programmierend ich habe es ehrlich gesagt nicht zu schön abdichten weil er soll ja geradeaus fangen das kann er ja nur wenn ich jetzt eine freie Bahn habe oder ich mache das hier nochmal hoch und probiert mal das habe ich auch mal gesehen auch schon eine Weile her so beginnen ne Quatsch hier also hier irgendwie eine Schaufel also Schaufel WLAN sobald ich weiß was ich wieder gesehen habe dann wegwärts wegwärts fahren beginnen das ist ja klar der ganze Knabdöl kann sein dass es schief geht also jetzt richtig Abladepunkt so die Frage und dann wieder rückwärts fahren glaub ja also nimmt man doch das nicht persönlich nicht zu sehr ernst die Sache weil ich habe es jetzt mache es im ersten Mal es kann sein dass es komplett gemacht wird ne das Verkehr gelaufen ist so könnte etwas sein also Ende ich speichere den mal ab unter beladen Mist äh Fahrlader beladen Mist ob das klappt weiß ich nicht wieso wieso schaufelanstellung das filmt er jetzt das bin ich gut gefragt Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Marke von vorne. Balle. Vielleicht das, wie wir das. Das muss man in die Mitte rein gehen. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das war schon richtig so. Gut, nochmal. Also kurz drin. Und... Oh, da hast du es schon erledigt. Das gute Stöcker sucht mehr. Okay, das wird schon gewesen sein. Das... wird nichts. Tschüss. Tschau. Ja. Das geht morgen weiter, ne? Tschüss. Und... Schönen Dank für die Zeit. Bis morgen. Und tschüss. 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 Tschüss.